Hey du, was ist das für ein verdächtiges Rascheln? Schmuggeln Sie Lebensmittel aus der Provinz? Illegale Waffen schmuggeln? Welches Rascheln, Herr Soldat? Der vor Ihrem Mantel kommt. Sehr fischiges Geräusch. Officier, das ist ein Toilettenpapier. Die siegerische deutsche Armee hat geplündert, äh, 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 unsere wärmen Kleider geliehen, damit wir unsere Kleider so gut wie möglich wärmen. Ja, gut, weiter Marsch! Ja, gut, weiter Marsch! Schmuggeln Sie, wir haben einen Toilettenpapier.